Sie hören Self, zerrissene Leben von Melanie Wodke. Es liest Markus Wenn-Reinburt. Das Splitting ist eine Stufe der Evolution, die die Menschheit euphorisch hochzuspringen gewagt hat. Doch vielleicht sind die Menschen genau deshalb auch dem Untergang geweiht, noch bevor Umweltsünden, Klimawandel oder die unaufhaltsame Überbevölkerung es schaffen, sie dahin zu raffen. Self. Separately Extended, Lucidly Vivid Existence. Prolog. Der Shift ist nicht schmerzhaft. Für die meisten Splits fühlt er sich an, wie aus einem Nickerchen gerüttelt zu werden. Ein heftiges Blinzeln nach dem Sekundenschlaf, das einen zurück ins Bewusstsein reißt, abrupt und intensiv. Manches Splits jedoch schrecken jedes Mal aufs Neue hoch, als wären sie aus der schwarzen Leere des Todes erweckt worden, atemlos keuchend auferstanden. Nur wenige gleiten sanft hinüber, ähnlich einer Heimkehr aus tiefem, traumlosem Schlaf. Jeder Körper reagiert anders. Jeder Kopf ist ein Unikat. Vincent zum Beispiel durchlebt nach jedem Shift für einige Minuten völlige Orientierungslosigkeit. Er weiß weder wer, noch wo, noch warum er ist. Ein allmorgendlicher Panikimpuls, der wie ein Fluch auf ihm lastet. Gleich dem eines Neugeborenen, ausgespien in eine nie gekannte Welt und starr dem täglichen Schrecken seiner Wiedergeburt ausgesetzt. Jeden Morgen gegen sechs Uhr erlebt er diesen neuronalen Kollaps. Medizinisch gesehen nicht bedenklich, wie man ihm am Institut versichert hatte. Das beruhigte Vincent. Damals. Wäre da heute nicht das Blut überall und der brennende Schmerz. Eins. Vincent, siebzehn. Donnerstag, vierter, dritter, zweitausend neunundvierzig. Sechs Uhr siebzehn. Vince? Er schwieg. Sicher fragte sie sich bereits, ob er noch dran war. Vincent! Wieder lange Stille. Ein scharfes Einatmen verriet, dass sie gerade dazu ansetzen wollte, noch einmal nach ihm zu rufen, als eine heisere Stimme atemlos ihren Namen räuchelte. Zendra. Er klang beinahe wie ein Erpresser, der seine Stimme verstellte, um Lösegeld einzufordern. Das Licht des Data-Pads flimmerte hektisch im Takt seines Stakkatos. Er hat es wieder getan, dieser verdammte Mistkerl, dieser kranke, perfides Radist. Beruhig dich, Baby, atme durch. Es ist ja jetzt vorbei. Was genau hat er diesmal getan? Wieder Prellungen? Zendras Stimme mutete gezwungen sanft an, als würde sie ein weinendes Kind beruhigen wollen, statt ihres Erwachsenen Geliebten. Und doch war am Zittern ihrer Worte zu hören, dass sie innerlich selbst vor Sorge bebte und ihn am liebsten direkt schützend in ihre Arme geschlossen hätte. Schnitte. Er sprach nun leiser, sah an sich hinab und konnte noch nicht ganz fassen, was er erblickte. Überall an mir. Ich blute wie ein abgestochenes Schwein. Während seine Stimme brach, stolperte Vincent ins Badezimmer hinüber. Er wedelte mit der Hand vor dem No-Touch-Sensor und Wasser schoss in einem breiten Strahl aus der Chromarmatur. Mit zitternden Händen wusch er sich dunkelrote Krusten von den mit haarfeinen Furchen übersäten Armen. Seine Glieder brannten bei jeder Berührung, und ein Blick in den Spiegel offenbarte das ganze Ausmaß seiner Peinigung. Mit aufgerissenen Augen drehte er sich von links nach rechts, derweil rannen rosafarbene Wassertropfen an ihm hinab und bildeten winzige Pfützen auf den Fliesen. Verdammte Scheiße, flüsterte er. Dann schwieg er wieder. »Baby? Vince, sprich mit mir!« »Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, Zandra.« Seine Worte waren kaum mehr als ein Hauchen, so schwach wie tongewordene Ausweglosigkeit. »Er wird mich umbringen.« »Er wird dich nicht umbringen!« Zendras Antwort war aus ihr herausgeschossen, als hätte sie nur auf den erlösenden Wink gewartet, um sie auszusprechen. Vincent rieb sich die Schläfen, während er das Gesagte sacken ließ. Die Überzeugung, mit der dieser Satz aus Zendras Mund gesprudelt gekommen war, zeigte Wirkung. Langsam fuhr sein Puls herunter. Der herzförmige Com-Spot im Health-Check-System seines Datapads wechselte das wahnrote Leuchten allmählich zu einem sanften Orange, dann zu Gelb. Das Herzsymbol auf dem Display begann gemächlicher zu pochen. Vincent hielt seine Hände noch einmal unter das Wasser. Dann ließ er die feuchten Handflächen über sein Gesicht wandern. Sie rieben seine Augen, bis die Augäpfel schmerzten. Als er sein Spiegelbild wieder ansah, konnte er nicht mehr mit Sicherheit sagen, was Wassertropfen waren und was Tränen. »Ich kann ihm nicht entkommen. Jeden Tag ist er da. Immer. Ich weiß, mein Herz. Ich weiß.« Ihr gerade noch bestimmter Ton war liebevoller geworden und eine Mischung aus Trost und Hilflosigkeit gewichen. »Können wir uns sehen, Sen? Wo bist du?« »Äh, im Institut. Ich komme hier gerade nicht weg. Die Testreihe verzögert sich.« »Du bist schon so früh im Labor?« »Heiße Phase. Immer mehr Spalter in immer kürzeren Abständen. Eine wahre Split-Flut. Hier sind alle Plätze belegt. Ich würde sagen, du hast mich zu lange nicht mehr bei Harl besucht.« Zendra versuchte mit einem Kichern, den dumpfen Moment aufzulockern, doch Vincent schwieg. Weder seine geröteten Augen noch seine düsteren Gedanken waren in der Lage, sich von dem geschundenen Spiegel selbst zu lösen, das ihn anstarrte. »Was hältst du von Lunch?« »Kantine, zwölf Uhr dreißig.« schlug sie in die Stille hinein vor. Vincent schnaufte nur. »Tut mir leid, Vince. Hier ist wirklich der Teufel los.« »Dann bis heute Mittag.« antwortete er plötzlich kurz angebunden und trennte die Verbindung am Datapad abrupt. Er musste duschen. Dringend duschen. Nur Minuten später legte sich dichter Dampf über die Angst und vernebelte seine Sorgen. Das heiße Wasser brannte auf der offenen Haut, aber er biss tapfer die Zähne zusammen und seine Muskeln entspannten sich allmählich. Tay war da. Immer. Es gab keinen Ausweg. Es gab nur sie beide. Und Sandra konnte ihm nicht helfen. Er musste selbst eine Lösung finden. Neue Split-Kennungen Vincent, 17, Beg Hamada, 17 Stunden am Tag aktiv, ab 6 Uhr. Tay, 7, Beg Hamada, 7 Stunden am Tag aktiv, ab 23 Uhr. 2 Lisette, 0 Donnerstag, 4.03.2049, 10.25 Uhr Donald, wir sollten dringend etwas gegen die Willkür der Medien unternehmen. Immer wieder sickern vorschnell Ergebnisse von uns in die Data Lines, durch welche Lücken auch immer. Das kann so nicht weitergehen. Der Mann erhob den rechten Zeigefinger mit so viel Nachdruck und fuchtelte damit in der Luft herum, dass es fast albern wirkte. Der Winterfield-Fall? schaltete sich Rickard aus der Presseabteilung ein. Seine Stirn war gerötet und feucht. Lisette hatte jedes Mal das Bedürfnis, ihm ein Taschentuch zu reichen, wenn jemand Kritik an seiner Arbeit übte. Doch sie hielt sich mit jeglicher Beteiligung zurück und beobachtete das Geschehen nur mit halbherziger Aufmerksamkeit, bis ihre Meinung im Laufe der Sitzung gefragt sein würde. Das Meeting dauerte schon eine Stunde und die Zeit floss zäh, während Daten, News und Updates der Sareb-Führungskräfte und Bereichsleiter ausgetauscht wurden. Sie schlug das linke Bein über das rechte und ihr Drehstuhl stöhnte leise auf. Genau der. Aber nicht nur. Seit es die Spaltungen gibt, spinnen sich die Data Lines jeden Tag neuen Humbug zusammen. Aber das Schlimmste ist, mit einigen Meldungen haben sie auch noch recht. Das beunruhigt die Menschen nur grundlos. Wir müssen diesen Wahnsinn unter Kontrolle bekommen. Noch immer sprach der brünette Mann im sandgelben Anzug lediglich Institutsleiter Donald Samona an, ohne Pressespezialist Rickard eines Blickes zu würdigen. Es ist alles unter Kontrolle, betonte Rickard mühsam beherrscht. Eine Schweißperle ran an seinem haarlosen Kopf entlang, seinen Hals hinab und verschwand im Hemdskragen. Füße, deren Besitzer rein akustisch nicht auszumachen waren, scharrten auf dem Boden. Wie konnte Winterfield dann nach außen dringen? Eine falsch berechnete Schiffzeit von Mitarbeitern unseres Instituts. Der Brünette schüttelte missbilligend den Kopf. Sowas darf nicht passieren. Es gab eine Stellungnahme. Die Reaktion der Bevölkerung war gelassen. Rickard verteidigte sich wacker, doch seine angespannt hochgezogenen Schultern und die verhuschte Gestik verrieten, wie klar ihm war, dass er Mist gebaut hatte. Lisette strich sich übers Haar und prüfte den Sitz ihres eilig gedrehten Dutz. Die Stellungnahme erfolgte erst zwei Stunden nach Übertragung des Missstands in den Data Lines, beharrte der Brünette. Rickard sprang auf. Nicht mal eine. Meine Herren. Nun erhob sich auch Donald Simona aus seinem weißen Lederdrehstuhl an der Stirnseite des langen Glastisches. Es ist genug. Wir kümmern uns darum, dass sich der Vorfall Winterfield nicht wiederholt. Lassen Sie uns mit der Tagesordnung fortfahren. Sonst sitzen wir heute Nacht noch hier und beißen uns weiter in die eigenen Schwänze. Lisette mochte den Pragmatismus ihres Chefs. Sie grinste und krakelte weiter an dem Blumenmotiv, das sie in der Scribble-Funktion ihres Data Pads zu skizzieren begonnen hatte. Da Alfred noch in der Therapiesitzung in Abschnitt zwölf festsitzt und Agnet mich bat, ihre Themen hintanzustellen... Donald warf einen Blick auf die Holo-Präsentation, die sich über den Tisch zog und die Diskussionspunkte vorgab. Er suchte nach dem Namen des nächsten Referenten. Lisette Sie schreckte hoch und löschte ihr Blumenkunstwerk mit einem Tippen, während sich ihr die Blicke einer nach dem anderen zuwandten. Gerechnet hatte sie mit Alfred. Ihr war bisher gar nicht aufgefallen, dass er fehlte. Ich... ja. Einen Moment, ich gebe eben meine Daten in den Pool ein. Wenige Handgriffe auf ihrem Patch später erstreckten sich diverse farbige Diagramme über die Tischplatte und wurden darüber nacheinander als dreidimensionale Holos zum Leben erweckt. Endlich etwas zum Anschauen. Sehr gut. Vielleicht weckt das die müden Gesichter hier im Saal. Die Erleichterung in Donalds Stimme war unüberhörbar. Nun, gibt es schon Ergebnisse der neuen Hirn-Scans von den Probanden aus der aktuellen Serie 29? Ihre überdurchschnittlich schnell wachsenden Rudimentärhirne sind wirklich erstaunlich. Lisette räusperte sich und stand auf, nachdem sich Rickard mit hochrotem Kopf wieder gesetzt hatte. Dann startete sie ihren Vortrag souverän. Ja, Donald, wir erwarten in Kürze das Eintreten des Splittings. Noch hat keines stattgefunden. Aber bei zwei von zehn Probanden erwarten wir die Trennung innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden. Während ihres Berichts spazierte sie im Raum auf und ab. Zwischendurch vergrößerte sie mit den Fingerspitzen in der Luft einige passende Grafiken zu den Hirnaktivitäten ihrer Testreihe, die die Anwesenden über der Tischmitte studieren konnten. Eine Kollegin nickte verträumten Blickes, ein anderer Kollege gähnte. Die Rudimentärhirne sind höchst aktiv und auch reaktiv auf unsere Stimulantien. Die Schlafwandelaktivitäten wachsen rapide an. Es sind bisher jedoch keine dualen Bewusstseinsbelege nachweisbar. Zwei der Diagramme blinkten auf, entfalteten sich vor den Zuschauern auf die dreifache Größe und begannen, wie eine tanzende Vater Morgana sachte über dem Tisch zu rotieren, um für jeden gut einsehbar zu sein. »Sind die beiden Probanden in der 24-Stunden-Kontrolle?« erkundigte sich Donald, der noch einmal demonstrativ seine Glieder streckte und nun wieder Platz nahm. »Selbstverständlich. Sobald sie shiften, werden es ihre Pads und unsere Kontrollmechanismen umgehend melden und detailliert aufzeichnen. Sie befinden sich außerdem seit dieser Woche in den Peep-Rooms.« Augenblicklich raunte schmunzelangeregtes Getuschel durch den Saal. Als Peep-Room bezeichneten sie die Videoüberwachung, die rund um die Uhr von Mitarbeitern in der Live-Auswertung betreut wurde, um die entsprechenden Wohn- und Schlafräume kurz vor dem Splitting befindlicher Probanden zu überwachen. Diese lebten darin in einem gesonderten Komplex des Sareb wie in Hotelzimmern. Manche vergaßen dort allzu schnell, dass sie unter permanenter Beobachtung standen. Vor den Augen der Institutsmitarbeiter wurde unter der Dusche gesungen, gepopelt, mit Ehepartnern gestritten und mit Affären geschlafen. Alles, was in den Peep-Rooms geschah, unterlag außerhalb des Instituts der vertraglich abgesicherten Schweigepflicht. Doch innerhalb des Sareb-Roll-Angestelltenkreises blieb nichts verborgen. Außerdem war dieses die Privatsphäre derart einschränkende Vorgehen nötig, denn nahezu alle Betroffenen fühlten sich mit ihren ersten Shifts völlig überfordert. Mental wie auch physisch waren die anfänglichen Übergänge von einem Bewusstsein ins andere, in über 90 Prozent der Fälle einem Schock gleichzusetzen. Vor vier Jahren war es zum ersten Mal geschehen, in Pennsylvania. Sylvia O'Hara war Hausfrau und Mutter von sechs Kindern. Sie war zum Arzt gegangen, weil sie seit Wochen unter starken Kopfschmerzen, wiederkehrender Orientierungslosigkeit sowie innerer Unruhe und Angstzuständen gelitten hatte. Zahlreiche Untersuchungen und drei ratlose Ärzte später hatte ein Spezialist für Neurologie festgestellt, dass die Dame nicht nur ein, sondern zwei Gehirne besessen hatte. So etwas hatte die Medizin noch nie gesehen. In Silvias Kopf war, neben einem großen Haupthirn, ähnlich wie ein Tumor ein kleineres, rudimentäres Hirn herangewachsen, das zügig an Volumen zugenommen und sich rasend schnell entwickelt hatte. Als würde es dem neuen Mitbewohner Platz einräumen, hatte sich das Hirnvolumen des Haupthirns entsprechend verkleinert. Untersuchungen zufolge hatten andere Hirnbereiche die Aufgaben der sich langsam abbauenden Areale des Haupthirns mit der Zeit gänzlich übernommen. Und diese Umverteilung hatte unweigerlich zu etwas so lapidar klingendem wie dauerhaft drückendem Kopfschmerz geführt. Als man Silvias Ehemann befragt hatte, ob ihm an seiner Frau in der letzten Zeit eine Veränderung aufgefallen wäre, hatte dieser zunächst herumgedruckst. Schließlich war ihm jedoch nichts anderes übrig geblieben, als zuzugeben, dass sie zeitweise nicht dieselbe gewesen war. Sie hätte kaum noch geschlafen, hätte ihn mitten in der Nacht geweckt, wäre verwirrt gewesen und hatte nicht gewusst, wer und wo sie gewesen war. Er hatte sie stets beruhigt, ihr anfangs Bilder und Filme ihrer Hochzeit und Kindheit gezeigt. Fassungslos hatte sie vorm Spiegel gestanden, nächtelang. Am nächsten Morgen aber hatte sie sich an nichts erinnert. Und schließlich hatte er ebenso zugegeben, diverse sexuelle Handlungen mit ihr ausgeübt zu haben, die sie vorher nie bereit gewesen war, ihm zu gestatten. Aus diesem Grund hatte er sich bisher zurückgehalten, irgendwem von seinen Erlebnissen mit ihr zu berichten. Nicht einmal Sylvia selbst hatte er aufgeklärt. Aus Angst, die aufregenden Nächte würden enden und sie würde wieder zu prüder Besinnung kommen. Sylvia war drei Monate lang eingehend in einem der weltweit renommiertesten Schlaflabore in New York City untersucht worden. Sie war das bis dato größte Rätsel der Medizin seit Jahrzehnten gewesen, wenn nicht sogar länger. Man hatte bald festgestellt, dass die Sylvia, die nachts für wenige Stunden zum Vorschein gekommen war, rein gar nichts mit der Sylvia am Tage zu tun gehabt hatte. Brainscans hatten gezeigt, dass zu dieser Zeit ihr Haupthirn wie lahmgelegt, ihr zusätzliches Rudimentärhirn dafür umso aktiver gewesen war. Und es wuchs weiter. Nachdem erste Berichte darüber in die Data Lines geraten waren, hatte sich eine Flut von Menschen mit ähnlichen Symptomen in Krankenhäusern überall auf der Welt gemeldet, denen die Medizin bisher nicht hatte helfen können. Und nun, wo die Ärzte wussten, wonach genau sie suchen mussten, stellte sich heraus, dass Sylvias Diagnose kein Einzelfall geblieben sein sollte. Die Anzahl der Betroffenen war bereits nach wenigen Wochen in die Hunderttausende gegangen. Mittlerweile, vier Jahre später, lag sie bei fast einer halben Milliarde Menschen, sogenannte Splits oder Spalter, exklusive einer vermutlich beträchtlichen Dunkelziffer. Menschen, die ein zweites Gehirn und damit ein zweites völlig unabhängiges Verwurzeln und damit ein zweites Gehirn. Die Anzahl der Betroffenen die Ärzte und Forestin von Tschau von Tschau und auch